Hier kommt die allerletzte, wirklich allerletzte Tirade gegen die Alternative für Deutschland. Die AfD ist ein zum Himmel stinkendes Güttelsammelbecken für die kackbrauchenden Ausscheidungen der völkischen Dreckschleudern, nationalistischen Giftspritzen und rassistischen Herren und Menschen. Das Programm der AfD ist ein dreilagiges Manifest der bodenlosen Dummheit, der gezielten Vergangenheitsvergewaltigung und der mitgefühllosen, unbarmherzigen, im Zweifelsfall der gewalttätigen Fremdenfeindlichkeit. Die AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, seine Bande von neofaschistischen Triebtätern, Karriere- und Geldgeilen Abstimmungsgesäßen und politischen Volltrotteln. Alexander Gauland ist ein Präsident, der gerne groß wie dem Karischweiner Klinkerfassade. Alice Weidelein, der extremistisch tupierte, betonisch verschieden auf der Steuerflug. Und Beatrice von Storch, ein Schreckgespenster aus der Geiste, waren derer von tut und tat nichts. Das A in der AfD steht für Antisemiten, Arschgeier und Arschkrampen. Das F steht für Fanatiker, Falschmuster, Flachpfeifen. Das D für Dürstbattel, Dummschwätzer und Dauerlutscher. Kurzum, die AfD ist eine Scheißpartei. So eine richtige, widerwärtige, niederträchtige, unappetitliche Scheißpartei.